was geht ab ich bin hier gerade vom adidas store weil ich bei adidas bin und ich wollte ein paar sachen erzählen jetzt kommt der neue tabak bratan wir verkaufen die nicht in dosen wir verkaufen die in die dosen wir müssen auf jeden Fall safe probieren ganz weich kommt der neue eisdee über dem kass das ist granatapfel der rest wurde schon zersägt meine kinder haben alles weggetrunken meine bratan alle und noch eine sache normalerweise darf ich das keinem erzählen aber bratan guckfisch und zucukpinta kaum du weißt bescheid